Wir sind Petit Juppert von BSCGFH. Bitte noch mal von Weinfurt, Elisabeth Hof und die Leute, Bastian von Weinfurt. Bastian, herzlich willkommen und vielen Dank für eure Unterstützung. Und dann schauen wir auf die Mathe, 61 kg, 50 Stunden festige, für unsere Gäste. Er war Vize-Europameister in diesem Jahr, sowohl bei den Senioren als auch bei den U29 aus Rumänien. Wir sind Florian Tieter und für den SV-Lehrmann, unser gefütter Ausführer. Wir sind im dritten Einsatz für den SV-Lehrmann, Florian Lassmann. Wir sind im dritten Einsatz von BSCGFH. Der Kampfrichter gibt eine Verwarnung gegen Florian Lassmann, gegen Sturzen. Es war bei Florian Tieter, 1-2, mit Florian Lassmann. Und hier geht es schon mal gegen der Angriff von Florian Tieter aus. Er ist dann auch abgeworfen, Florian Lassmann hat ihn abgefangen. Und der Kampfrichter hat den Kampf dann wieder hochgeführt, sodass er in Statt fortgefressen kann. Und Florian Lassmann ist hier im ersten Punkt, wir sehen ein hitziges Torel hier in der 61-Kilogramm-Klasse. Nach anderthalb Minuten steht es um 5 zu 1. Der Kampfrichter hat diese Aktion abgefiffen, weil Florian Tieter an den Hals gegriffen hat. Und hier geht es um 5 zu 1. Montage! 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 Musik 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 So, eine spannende 3 Minuten Stelle 10 zu 1 zu den Mann aus Rumänien für Florian Tieter Musik Musik Wir freuen uns, dass das Team der B&F Wohnfinanz hier aus Lackenheim da ist und uns unterstützt, genauso wie bei Kastenmeer von Kastenmeer Elektrotechnik Desweiteren folgen wir uns über den Besuch von Orlando Gieser-Sturmhoff und den Hightech-Planetär hier in Lackenheim Vielen Dank für eure Unterstützung Musik 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 Das heißt nicht mehr. Das heißt nicht mehr. Das war ein ganz wichtiger Wort von Trauer und aus meiner Verkürzung. Das heißt nicht mehr. 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 Musik So, dann gibt es noch einmal die Vernetzungszeit jetzt für Florian Lossmann, die wird gestartet, weil da sich dann auch nicht ganz so wohl fühlt. Aber wir hoffen natürlich, dass er diesen Kampf noch zu Ende bringen kann, eine Minute für 40 Sekunden zu sagen. Musik Also eine Minute unter 30 Sekunden, liebe Zuschauer, unterschützen Sie den beiden Sportler noch einmal, auf geht's! Musik 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 UNTERTITELUNG Musik Das war's für die Wahl jetzt! Ja, ja, ja! Das war's für die Wahl jetzt!